Nummer 63, Visconti. Ein braunes Hengstholen, geboren am 22. Mai von Barbene De Niro Caprimont. Aus der Zucht und im Besitz von Dr. Teda Cordes aus Wietze. Mutter Di Mira stellte Fürst Fellow von Franziskus, es erfolgreich mit Karl-Heinz Petzke. Aus dem Mutterstamm Bruno Bellissimo von Bellissimo M, es erfolgreich mit Claire Luise Aberkorn, sowie Fürst Rubin von Fürst Heinrich, es erfolgreich mit Patricia Botan. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020